Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Lach Chimera, dem neuen Film von Alice Rohrwacher, der am 11. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin's du und heute an meiner Seite ist die Melanie. Grüß dich Melanie! Hallo! Melanie, wir beide konnten diesen Film vorab sehen und wir konnten ihn sogar gemeinsam sehen in einem Kino. Das war sehr schön. Mit einer süßen Katze! Ja genau, wir hatten auch eine süße Katze. Ob das das Positivste war, was wir an diesem Kinotag erlebt haben oder ob der Film uns anderweitig überzeugen konnte, darüber werden wir jetzt reden. Bevor wir das tun, kannst du uns vielleicht kurz sagen, worum geht's denn in Lach Chimera? Ähm, wir befinden uns in Italien und wir verfolgen unseren Hauptprotagonisten Arthur, der gerade aus dem Gefängnis kommt und jetzt quasi zurück, ja ich möchte nicht sagen Heimat, weil es ist nicht seine Heimat, er kommt eigentlich aus England, aber seiner Wahlheimat. Ja und dort trifft er wieder auf alte Bekannte und geht dann wieder dem Business nach, wofür er wahrscheinlich in den Knast gekommen ist. Und zwar der Grabräuberei. Und das ist basically das, worum es dann im weiteren Verlauf in dem Film geht. Ich finde es interessant, dass der Film seine Premiere hatte letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes, weil dort auch ein anderer Filmpremiere gefeiert hat, wo es auch um einen, ich nenne es mal Archäologen geht, der mit sich hadert, nämlich Indiana Jones 5. Ähm, das ist, das fand ich ganz amüsant, aber natürlich ist Lach Chimera nicht vergleichbar mit Indiana Jones 5, denn ich glaube, da sind wir uns einig, liebe Melanie, Lach Chimera ist, äh, ungefähr so weit entfernt von Blockbuster-Unterhaltungskino, wie die Karnevalszeit in Köln und Düsseldorf von, äh, von Alkohol-Rot-Abstenenz, oder? Dass, ähm, dass, ähm, dass es auf jeden Fall war. Ja. Also wirklich. Ja. Ähm, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ähm, dass du und ich mit dem Film nicht so warm geworden sind, oder? Ja, ähm, also es hat schon eine Stunde gedauert, bis etwas passiert ist. Ja, nach einer Stunde, das kann ich dir verraten, hat Männer nämlich gefragt, müssen wir, müssen wir bleiben? Können wir gehen? Und dann ist die Kollegin, die war die Erste, die gefallen ist. Ja. Sie war die Erste, die aufgegeben hat. Man muss aber ganz klar auch dazu sagen, der Film hat im Vorfeld wirklich sehr euphorische Kritiken bekommen, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann, denn das ist kein uninteressanter Film. Für mich aber hat er nicht funktioniert. Ähm, du hast schon gesagt, es dauert wirklich Ewigkeiten, bis was passiert. Ähm, am Ende des Films bin ich genauso schlau wie vorher. Ja, was ich dem Film geben kann, ist, er ist künstlerisch interessant, weil, und das meine ich wortwörtlich, alles an dem Film. Aber wirklich alles ist eine Allegorie. Du kannst alles herziehen und kannst sagen, dass er jetzt das gemacht hat, steht aber auch hierfür. Dass er das gemacht hat, steht hierfür. Dass er das gesagt hat, steht auch hierfür. Wer damit Spaß hat, der wird wirklich 130 Minuten lang seine hellste Freude haben mit La Quimera. Ich für meinen Teil fand diesen Film sehr kunstgewerblich. Es war einer dieser Filme, wo man das Gefühl hatte, dass hinter dem Projektor der Regisseur oder in dem Fall die Regisseurin steht und immer wieder schreit, fragt mich, was es bedeutet. Und es tut mir leid, ich fand das mehr anstrengend als inspirierend, auch wenn der Film natürlich von der Machart her durchaus seine Qualitäten hat. Wie war es bei dir? Ja, man muss ja sagen, wenn man einfach auf IMDb guckt, ne, der Film hat 7,5 von 10. Ja, ordentlich. Also, das ist wirklich ordentlich und ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, ähnlich wie du, weil der Film ist auf keinen Fall schlecht gemacht oder sowas. Aber vom Pacing her ist er wirklich ganz schwer und ich finde ihn wirklich, also der war für mich einfach überhaupt nicht nahbar. Also wir waren so auf einer kompletten Distanz wirklich und der hat ja eigentlich auch ein interessantes Grundthema, ne, Grabräuberei. Und ich studiere ja zum Beispiel auch Geschichte, deshalb finde ich das auch irgendwie eigentlich an sich interessant, weil Archäologie und sowas kommt ja auch sehr viel in dem Studium vor. Aber das, ich meine, er konnte mir auch irgendwie das Thema nicht so wirklich näher bringen. Also schon so ein paar Ansätze, wo ich jetzt irgendwie ein bisschen weiter darüber nachgedacht habe, aber ich finde einfach, das Thema wurde doch irgendwie schon sehr uninteressant leider verpackt. Ja, also gerade dieses Thema Grabräuberei fand ich eigentlich wirklich total spannend, weil das ist ein Thema, das verbindest du einfach heutzutage gar nicht mehr. Ich meine, der Film spielt in den 80er Jahren, das steht zumindest so auf Wikipedia. Der Film selbst macht, also sagt dir nicht, wann er spielt, aber es ist schon klar, dass er in der Vergangenheit spielt, eben wegen den Autos, die sie haben oder weil es solche Sachen wie Computer oder Handys einfach gar nicht gibt. Aber ich fand das eigentlich an und für sich echt interessant zu sehen, wie diese Leute arbeiten, weil es ist ja wirklich für die ein Geschäft, weil dieser Arthur ja wirklich dieses Talent hat, dass er mit einer Wünschelrute einfach diese Gräber findet. Die brechen sie dann auf und dann klauen sie halt das Zeug raus und verkaufen es. Und das ist eigentlich eine komplett spannende Geschichte, aber dieses zwanghaft Kunstgewerbliche, dieses zwanghafte so, wir können es jetzt einfach mal zeigen oder aber wir machen einfach jetzt alles, verkünsten einfach alles. Die Leute sprechen einfach fast schon mechanisch, wie ich finde, also es wird so zwanghaft versucht, dass jedes Wort eine Prosa sein muss. Die Bilder sind einfach sehr starr und unterkühlt. Natürlich hat es auch eine gewisse Künstlichkeit, aber auch eine Kunstfertigkeit, das sei hier ganz klar herausgestellt. Aber für mich hat das nicht funktioniert. Ich hatte einfach das Gefühl, du hast dieses Wort schon genannt, Distanz und ja, das bringt mich auf den Punkt. Das ist, ich würde nicht sagen, dass La Chimera ein schlechter Film ist, aber für mich ist es einfach ein zu distanzierter Film. Ein Film, der, ich habe versucht, mit ihm klar zu kommen, ich habe versucht, ihn zu verstehen, ich habe versucht, ein Teil von ihm zu werden, aber irgendwann habe ich auch für mich entschieden, pass auf, Film, du willst mich glaube ich nicht haben, ich will dich nicht haben. Lass uns einfach dabei belassen. Wir sind beide nicht füreinander gemacht. Punkt. Ja, das hatte ich halt leider auch und das lag auch unter anderem, also genau an den ganzen Punkten, die du jetzt gesagt hast. Da konnte ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Und der zweite Punkt ist für mich auch, dass die Charaktere mich irgendwie nicht interessiert haben. Ich fand eigentlich sogar den Hauptcharakter meistens sogar eher unsympathisch. Also er war irgendwie immer, weißt du, so ein Hau-drauf-Typ, weißt du, so eine Sache ist passiert, er wurde irgendwie so ein bisschen angegriffen und schon ist er so halb ausgerastet und so. Und ich mir auch so dachte, okay. Ich habe sowieso die Figuren nicht verstanden, also auch seine Motivation habe ich nicht verstanden. Warum trägt er die ganze Zeit diesen Anzug? Also klar, das hat, wie ich schon sagte, alles ist eine Allegorie. Aber wenn ich mich halt wirklich um etwas kümmern soll und mich interessieren soll, dann muss ich auch zumindest irgendwelche Punkte haben, die mich interessieren, die mich auch ansprechen. Und da hatte der Film leider gar nichts. Und ich sage es gerne nochmal, es war für mich so ein kunstgewerbliches Stück Kino. Ich kann nachvollziehen, dass man damit was anfangen kann. Ich kann auch nachvollziehen, dass der gerade in Kann sehr gut besprochen worden ist, gar keine Frage. Aber ich für meinen Teil, und ich meine, ich glaube, wir sind da d'accord, wir saßen da halt jetzt diese über zwei Stunden im Kino und es war keine schöne Zeit. Und ich habe auch wirklich sehr genossen, dass ich nach 60, 70 Minuten mal kurz aufs Klo gehen konnte. Ich kann ja mal ein bisschen was vielleicht zur Grabräuberei sagen, weil ich hatte dann ein bisschen recherchiert. Und es ist scheinbar, also der Artikel ist von 2011, deshalb keine Ahnung, wie aktuell das jetzt heutzutage noch ist. Aber es ist scheinbar wirklich immer noch in Italien ein Problem. Also illegale Grabräuberei ist ehrlich ein Thema da. Und zum Beispiel ist es auch, also hier steht in der Toskana und im nördlichen Latium, wo die Etrusker lebten. Und ich denke mal, der Film spielte dann wahrscheinlich auch eher im Norden, weil es ging ja eben auch um die Etrusker. Also um die Kunst von denen und um die Gräber. Und scheinbar ist es wirklich so, dass das Problem an der Sache ist, dass man, zum Beispiel man stiehlt einen Apfel im Supermarkt. Man wird dafür härter bestraft als für Grabräuberei. Also das ist wirklich das Problem, dass es dafür keine krassen Strafen gibt. Und deshalb, also das ist scheinbar auch ein riesiges Netzwerk und auch so ein richtiges Familiengeschäft zum Teil. Also wenn dein Vater das gemacht hat, dann macht der Sohn das schnell dann auch direkt. Und das ist schon ein ganz großes Problem, was irgendwie in Italien noch nicht ganz gelöst worden ist. Es gibt ja auch scheinbar sehr viele Verbindungen in die Schweiz, wo das Ganze dann weiterverkauft wird. Aber ja, das finde ich wirklich krass. Man nennt diese Leute auf Italienisch Tom Baroli. Ja, und die haben tatsächlich mehr Finanzmittel scheinbar für sowas als die offiziellen Archäologen in Italien. Und vieles ist noch unerforscht. Ja. Und die graben das dann leider raus. Ja. Und zerstören auch leider das Ganze dann immer. Weil man eigentlich denken würde, so gerade heutzutage mit diesen ganzen Techniken, die einem zur Möglichkeit haben, dass es mittlerweile eigentlich keine versteckten Schätze mehr gibt aus dieser Zeit. Gerade ich bei Italien muss mich drüber reden, wie reich an Historie dieses Land ist. Das fand ich auch echt interessant und ganz spannend. Aber für einen Spielfilm hat es dann doch nicht ausgereicht. Also ich fand jetzt dein kurzes, sehr gelungenes Referat interessanter als den gesamten Film. Das muss man so auszudrücken. Es ist schon echt krass. Und muss man auch sagen, gerade die Szenen, wenn es halt darum geht, wie verkaufen die das. Das war zum Beispiel spannend. Das mit der Polizei auch. Ja, genau. Denn man erfährt dann auch, dass es eben auch einen Konkurrenzkampf unterhalb dieser Grabräuber gibt. Das war alles ganz, ganz interessant und spannend. Aber die Hauptfigur, die war mir halt sowas von vollkommen egal. Das ist halt schön. Ja, ich finde auch am Ende hat der Film, also eh der Film ist ab der zweiten Hälfte endlich mal irgendwie besser geworden. Beziehungsweise ist es halt was passiert, was mich interessiert hat. Aber auch am Ende hatte ich dann irgendwie, das war auch so ein Problem von mir. Ich hatte das Gefühl, ich würde plötzlich einen anderen Film schauen, weil er dann irgendwie so einen kleinen Themenumschwung gemacht hat hin zu mehr so was Romantisches. Und da war dann zum Beispiel auch sowas wie so ein Kinderheim und das war eigentlich sogar alles sehr süß. Und ich hätte mir fast mehr gewünscht, irgendwie so eine Geschichte zu sehen von so einer, ja von so einer Romanze, als irgendwie dann das, worum es letztendlich wirklich ging. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Ging mir auch so. Ich muss zwar sagen, dass der Film einen sehr schönen Schluss hat. Das kann man ihm wirklich geben. Aber der Weg dahin ist halt echt anstrengend. Und ja, ich glaube, ich kann mich hier auch nur wiederholen. Ich kann jeden verstehen, der damit was zurechtkommt. Aber ich für meinen Teil, für mich war es nichts. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, wenn ihr nicht gerade große Fans oder Arthouse-Kinogänger seid, dann solltet ihr vielleicht besser von Nakimera Abstand halten. Weil der ist dann für euch vermutlich eher eine Geduldsprobe. Ja, das war's. Ich meine, eigentlich bin ich gar nicht mal so Arthouse abgeneigt. Aber der hat mich jetzt so ein bisschen verschreckt, muss ich sagen. Also da bin ich echt nicht wahr mit geworden. Vielleicht liegt es aber mal daran, weil wie so viel ist im Kunstbereich, dass Arthouse einfach nur so ein ganz grober Umriss ist. Eine ganz grobe Beschreibung. Ich meine, das kann ja wirklich extrem viel sein, Arthouse. Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn ihr von der Alice Rohrwache auch die Vorgängerfilme gesehen habt, Land der Wunder und Glücklich wie Lazarus oder Lazarus, da soll ja Lakimera auch sowas sein wie der Abschluss dieser angeblichen Trilogie. Also wenn ihr die Vorgängerfilme gesehen habt, also die stehen wohl, jeder Film steht für sich alleine wohl. Aber die müssen wohl nur so thematisch oder zumindest stilistisch sehr eng beieinander sein. Wenn ihr also mit den beiden Filmen davor schon was anfangen konntet, dann glaube ich, go for it, da wird Lakimera für euch ein Fest sein. Ich für meinen Teil, ich habe keinen dieser Filme gesehen. Ich weiß, wer Alice Rohrwacher ist. Ich weiß auch, wer ihre Schwester ist, Alba Rohrwacher, die auch hier mitspielt. Aber ich werde diesen Film, also es ist so ein Film, den ich katakulisiere in meiner Filmmelt als, habe ich irgendwann mal gesehen. Aber bitte fragt mich nicht mehr, worum es da geht. Ich habe es vergessen. Ja, ich glaube, ich werde einfach nur sagen, oh nein, bitte frag mich nicht darüber. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, ja. Tut mir leid, alle da draußen, die jetzt gehofft haben, dass die werte Melanie und der doofes Tu jetzt 30 Minuten lang über Lakimera reden. Das wird nicht passieren, weil es einfach nicht unser Film war. Wenn es vielleicht euer Film ist und ihr den total toll findet, dann freut uns das. Und dann könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, warum ihr den Film mochtet. Oder warum ihr ihn vielleicht doch nicht mochtet. Oder warum ihr findet, dass die Melanie zwei verschiedene farbenige Socken anziehen sollte. Könnt ihr alles in den Kommentaren da lassen. Wir sind offen und lesen das auch. Aber jetzt hier für diese Besprechung wird es das gewesen sein. Oder willst du doch irgendwie ein Fazit fällen? Mein Highlight waren auch mal wieder die Hunde in dem Film. Die waren echt süß. Nicht? Ich sag mal so, ich weiß gar nicht mehr, dass da Hunde drin vorkamen, wenn ich ehrlich bin. Doch am Ende dieser schwarze Große. Keine Ahnung. Aber hey, wenn das dein Highlight des Films ist, sagt das sehr viel mit dem Film aus. Okay, gut. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de La Chimera ab 11. April im Kino. Ich sage Tschüss und Melanie, das darfst du jetzt auch tun. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.